Ich bin Sven und willkommen zu der, ähm, ja, nächsten Folge Baro. Intro-Pack-Card. Hallöchen. Dr. Banks. Und wir joinen drauf. Geht's los? Oh, Alter! Oh, ich hab mich grad erschrocken. What the fuck, der will dancen mit dir, Phil. Dancen mit ihm, Booty-Shake. Aber lass mich ihn tönen, ich brauch die XP. Okay, okay, okay. Ich töne ihn ganz effektiv mit der Spitzhacke. Ich kann ihn nicht angreifen. Ach so, war ich noch in. So, das war grad ein bisschen verwirrend, weil wir halt direkt wieder aufgenommen haben. Ja, er war fast halt nicht geblickt wieder mal. Und ist instant gejoint, obwohl wir explizit halt gesagt haben, dass wir das nicht machen sollen. Oh, schau mal, da vorne. Da ist ein großes Fläche. Lass da lang gehen. Ich glaub, hier geht's ungefähr zum Villager. Alter, nice, der hat gut gedroppt. Hier ist noch ein Pfeil. Nein, den kann ich nicht aufsammeln. Ja, ich kann ihn aufsammeln, ich bin ja. Nein, nein. Ach so, der bug da rum. Ja, ja, klar. Okay, dann lass mal hier lang gehen. Du läufst mir hinterher? Ich lauf dir hinterher, ja. Oh, vielleicht ziehen wir ja einen. Ich weiß nicht, ob das jetzt spawnen soll. Dürfte eigentlich nicht, ne? Ich glaub nicht. Ich glaub, hier geht's zum Villager auf, oder? Lass einfach Koordinaten abgehen. Spawn ist bei 0, 0, 0. Ja, wir sind voll da weg. Ja, okay. Soviel zu, du läufst mir hinterher, Phil. Nein, nein. Den Creeper lassen wir mal Creeper sein. Yes. So. Oder soll man mal so eine Challenge machen? Ohne Rüstung rumlaufen? Ja, Digga, das mal machen, Lott. Einfach die ganze Rüstung. Ich kill nix, ne? Ich töte die einfach mit der Spitzhacke. Aber ist einfach am besten, weil ich küll mein Schwert. Ey. Ey, was soll denn das? Ist halt die völlige Verschwendung mit der Dia-Spitzhacke. Aber ich will kein extra Schwert reintun, weil sonst... Alter, guck mal, hier wurde der Zuckerrohr angeplatzt. Nice. Wollten hier einen Koppelstern-Centerator machen. Ey, lass aber die Augen offen. Hey, hier liegt Seeds. Hier liegen Seeds. Hier hat er an der Bäume gefarmt. Und hier liegt Leder. Aber ich weiß nicht, ob es in der Folge war, weil... Die spawnt das überhaupt nicht? Ne, irgendwie nicht, ne? Ich weiß nicht. Wir haben ja dann einen Tag nichts mehr aufgenommen. Und die Äpfel lagen ja da auch rum. Wo willst du lang? Da vorne? Ja, ich hab keine Ahnung, wo wer ist. Also wir suchen jetzt halt Gegner, Leute. Ich mein, mehr können wir ja nicht machen. Wir könnten natürlich jetzt zum Spawn laufen. Aber ich hab keinen Bock, am Spawn zu kämpfen, weil... Ja, da kriegt man wahrscheinlich sehr sicher einen Kampf. Aber da ist auch der Abstauberfaktor ab nochmal hoch. Und ich hab keinen Bock, gegen jemanden zu kämpfen. Und dann kommt jemand anderes und staubt dann irgendwie so ab oder so. Warum? Das muss halt safe sein, Caro. Also nicht jetzt eingeladen oder so. Ich hab noch einen so'n Knochen, Alter. Den würde ich aufheben, falls wir irgendwann doch mal Melonen kriegen. Ja, ja. Ich heiße es richtig. Das Hungersystem. Ganz ehrlich, ich schmeiß 38 Holz weg. Mann, scheiß auf das Holz. Dann, komm mal. Hallo. Ja, ich komm. Vorne. Ist ein Ding. Aber was soll man jetzt machen? Was soll man... Ja, wir können nichts machen. Wir müssen jetzt hier random rumlaufen. Was wollen wir sonst machen? Machen wir über den Berg hier? Ja, das... Okay. Das ist ein bisschen doof. Sehr geil. Ich hab so ins und welche gefunden. Ich hab da auch gleich Level 10 für. Und jetzt nicht wundern, dass ich jetzt immer hinterherlaufe. Also, keine Ahnung. Wir haben das halt so abgemacht. Es ist ja ja. Das ist auch gut so. Einer gibt immer die Richtung an. Ich seh nichts. Ja, damit man halt... Damit man nicht darauf achten muss einfach. Ja, man hat's ja auch gesehen. Das war wirklich ein Block. Also, wirklich. Das waren... Das war halt... Die Höhle war halt bei Bergmann, als wir gegen den gekämpft haben, aufgespaltet. Pass auf, Glitter. Ja. Ja, ich... Ja, ich hilf dir mal. Und... Ich kann nicht blocken mit einer Spitzhack. Sofort wurden wir halt getrennt. Und das... Das trennt wirklich. Das geht so was... Das geht so was von schnell. Das ist richtig unnormal. Und meistens, ja... Neun. Vielleicht kann ich nicht mehr machen. Kann ich schon im Wald passieren. Aber hier, ja, okay. Hier kann man sich... Ja, aber man würde hier halt auch einen Gegner sehen. Aber hier ist ja kein Schwein. Ja. Leute, da ist noch Kettenball. Wir müssen auch aufpassen. Weil hier können wir ja jetzt welche sterben. Und wir dürfen halt auf keinen Fall so nah ans Baderball. Stimmt. Wenn man halt dann die Wand halt verrückt... What the fuck, es leckt. Es leckt wieder, es leckt. Leute, das aussieht toll. Oh, der viel gegeben hat. Dann sind wir halt instant down. Also, auf keinen Fall 60. Dann lasst du näher zum Spawn lieber laufen. Ja. Aber wir sind nah am Spawn. Guck mal die Koordinaten an. Wohl? Ne, eigentlich nicht. Ja, 593. Nee, das ist nicht mehr so nah. Ja, dann lasst du hier lang laufen. Hier ist es Richtung Spawn. Echt? Ja. Ja. Aber ich habe halt total die Orientierung verloren. Ich würde ganz gern... Das ist echt die Level, die ich noch kille, ne? Ja, ich habe gleich 10. Warte mal kurz. Ich würde halt gern... Ich würde gern mit was anderem töten, als mit dieser Diaspitzhacke. Ich mache mir mal eine... Oder ist ein Änderung? Ja, du benutzt ja die Diaspitzhacke. Stimmt. Ja, ganz... Ich mache mir mal kurz. Ich crafte mir mal kurz was. Ja, einfach ein Eisenschwert. Ja, einfach ein Eisenschwert. Nee, ich will kein zweites Schwert haben. Alter, was ist los? Ja, wir haben auch gedacht, dass es mehr kämpft ist. Oh, Alter, what the fuck? Der Minizombie rastet ja richtig aus. Kannst du die Dias-Dings hier aufheben irgendwie? Nee, warte, ich kann... Ist okay. Jetzt habe ich eine Eisenschwert, das wäre ich ein bisschen effektiver. Oh, warte, lass ein Annamen kippen. Lass ein Annamen kippen. Oh, der ist weg. Kann der uns töten? Der war so geil. Da vorne da rum ist er. Echt? Warte, lass ihn mit einem guten Schwert. Kann der uns töten? Der Annamen ist schon stark, ja? Ist auch, hier sind auch hier Dinge auch Sachen rum, oder sind die von uns? Ich weiß nicht. Nee. Ich weiß nicht, eine Enderperle, ob das wirklich was bringt. Das ist richtig geil, Alter. Da unten sind Zombies. Da unten sogar ein Ofen, Alter. Vielleicht hat hier jemand gebraten. Man weiß es nicht. What the fuck, ich breng. Du brengst? Okay. Ja, sag mal, lass mal über den großen Berg hier drüber, habe ich voll keinen Bock. Vielleicht ist hier ein Monsterspawner, lass mal gucken, weil hier waren halt drei Zombies. Ne, okay. Oh, da gibt es ein bisschen Keys. Kaff das mal auf. Würde ich das abgraben? Ja, gönn die mal. Wenn wir schon jetzt so fällig Keys finden. Aber ich kaff das einfach nur ab, ohne das zu droppen. Jetzt scheiß drauf, wie viel von dem rauskommt. Ne, ne, ja, ja, ja. Es gibt gar keinen Kampf einfach. Als ob jedes Team, wenn jedes Team so rumlaufen würde wie wir, dann würde es aber sowas von Kämpfe geben. Ja, ja. Locker laufen vor viele gar nicht rum oder sneaken. Kann sein, kann sein. Kannst du mir in der Zeit schon mal eine zweite Schaufel graben? Ist ungünstig. Muss ich so ganz ehrlich sagen. Ja, wird schon nichts passieren, Alter. Wir haben eigentlich eine Atmachung gehabt. Ne, möchte ich mich schon gern halten. Ja, klar. Ja, craft ich sie halt jetzt schnell, komm. Ja, man weiß nie, wann man überrascht wird. Ja, ja, klar, ich schaue, ich schaue. Und da hinten ist auch ein Zombie, der brennt und so, da weiß man nie. Alter, ich schaue doch jetzt gerade. Lass jetzt nicht die Zeit verschwenden. Egal. Ach so, ich sollte das craften. Ja. Ach so, ich dachte, du craftest das jetzt, habe ich nicht verstanden. Bin dumm oder so. Ne, ne. Ich habe sie in Level, by the way. Ich lege die jetzt zusammen. Kannst du das hier alles aufsammeln? Hat eh gereicht. Ja, was? Ach so. Ich habe eigentlich nichts frei, aber jo. Dieser Knochen, Mann, der, ich schmeiße ihn jetzt weg. Der Knochen macht mich aggressiv. Nice, dann haben wir jetzt auf jeden Fall über den Stack, weil ich habe erst 9,50. Kommst du? Passt du auf. Ne, ne, ich will erst mal craften, bitte. Lass das mal oben machen, oder? Lass es auf der Bergspitze machen. Nein, nein, nein. Wie, 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 wie geht es denn? Wir reißen die Hütte ab? Wir, äh, warte. Na, what the fuck? Jetzt weiß ich es gerade ernsthaft nicht. Ich weiß es auch gar nicht von Nervosität. Reiß die Hütte ab. Ah ja, genau. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Er hat nämlich gerade so den Ohrbaum hier verpasst, bevor er die Aufnahme gestaltet hat. Oh, nein. Ja, lass es hier einfach machen. Also hier ist, hier ist einfach Schnee, wollen die mich verarschen. Schau mal, wir sind richtig gut getarnt, wenn wir jetzt eine Eisenrostung hätten. Haben wir aber nicht zum Glück. Okay, ich mach mal, ne? Schau mal, Ben. Ben, kannst du... Hey, pass auf jetzt. Ja, okay. Kannst du bei der Sache bleiben. Ja, okay. Okay. Okay, ich habe jetzt eine Bogenstärke 4. Und das mache ich noch. Oh, unser Amos ist leicht beschädigt. Schau mal zu mir. Warte, hier ist niemand, ne? Guck mal. Tarnemich, wie im Schnee. Hey, was soll das? Hab Spaß, hey, ich bin das wieder. Ich will deine Eisendings nicht. Aber da ist man echt getarnt, Alter. Du passt auf, ne? Ich craft nämlich gerade Farbe. Vielleicht gibt es irgendwann eine Funktion oder kann man bestimmt jetzt schon anders sein. Das ist immer die Mistik, so. Dass man die Namen nicht mehr sehen kann. Dann mit so Ghillie-Suits und so oder so Schneeanzügen. Wahrscheinlich. Wie viel Farbe hast du? Ich habe 59. 59. Ey, geh hier weg mit dem Feuerzeug. 60. Ich sag dir, wenn du nicht anzuhörst. Du weißt 4, 64 und jetzt die Hälfte. Nice, warte. Was soll ich wegschmeißen, Alter? Das ist so eine Kacke. Okay, kann ich auf jeden Fall. Nice. Jeder Brot will es nicht so. Mir nach mal. Ja, ich komme. Oh, Mann. Hier passiert ja gar nichts. Ich dachte, Massensterben in Coming Folge 1. Das passiert einfach. Alter, so eine Aussicht. Alter, so eine Aussicht, Digga. Lass erst mal ein Ding. Das können wir schon machen. Ja, Mann. Nein, was war's? Da ist ein Ding unten? Ich hoffe, die ihr hinterher. Echt? Eike Stalker. Okay, komm. Da unten ist eine Kuh. Die ist vergächtig. Ja, ich habe gerade gedacht, das war ein Ding. Ein Mensch. Ein realer Spieler. Das wäre cool. Okay. Ähm. Ja. Lauf mir hinterher. Da-dum, da-dum. Ah, ist die... Es muss mindestens mal einer, Alter. Alter, es hat geleckt. Oh, lol. Ich habe gerade gedacht. Nee, Phil. Ist gelogen. Also, ist so gelogen. Alter, lass trip machen. Ja. Mann, das ist genauso. Ich meine, wir können ja nichts anderes machen, außer jetzt hier rumrennen und Leute suchen. Was sollen wir sonst machen? Wack. Das ist ja irgendwie so voll Kacker jetzt. Ich dachte, wir können so voll gar kämpfen jetzt. Aber nee. Aber gar reden, Basti und wenige, genau das gleiche gerade. Ah, wo sind die dann? Es ist... Leute, es ist nicht... Oh, das ist Regen, ich habe voll erschrocken. Schau mal, Schnee ist Schnee. Hey, Schnee. Nice, ich sehe das erste Mal mal neben Schnee, Minecraft. Ich weiß. Alter, das ist ja übelst nervig. Es gab schon mal ein Zitat bei mir auf Twitter und... Ja, Leute, jetzt kommen wir dazu. Das hat beinhaltet, dass einfach Ben noch nie... Oder dass er nicht gewusst hat, dass es Schnee einfach gibt. Oh, man. Okay, jetzt ist wieder hier Regen am Start. Und das muss man übrigens anschalten. Warte. Was soll ich wegschmeißen? Federn, kannst du die nehmen? Hier, Federn. Ja, wir haben eigentlich so viel Fehl. Okay, ich kann sagen. Wir haben halt echt so viel Fehl. Warte mal, ich gucke mal, die Cordis. Oh, wir sind jetzt schon ein bisschen... Ey, Ben, ich habe Angst um das Essen, ohne Scheiß. Wir haben doch genug. Ich weiß nicht. Nee, das geht so schnell weg. Ich habe jetzt mehr als die Hälfte gegessen. Ja, wir springen nicht mehr. Das Sprinten ist schon krass. Das ist halt idyllisch, halt. Oder der Regen, meine ich. Da ist ein Schwein, lass das mal killen. Wo? Okay. Jo. Und da kommt gleich der nächste hinterher, oder? Muss ja eigentlich, ja. Ja. Oh, nee, aber ein anderer. Ach nee, das war ja Basti und Weni, habe ich kurz verwechselt. Ich dachte, Basti, es gibt ja noch einen Basti. Ja. Die haben eine spezielle Taktik, haben sie vorher gesagt. Aber ich weiß nicht was genau. Wir vermuten, dass sie irgendwie am Enderportal rumschlagen. Ja. Ich glaube, dass denn wie viele Teams jetzt gerade rumrennen, so wie wir? Wenn das halt locker nur die Hälfte ist, ist halt klar, dass man keine Kämpfe kriegt. Das ist halt... Ich dachte, jetzt geht die ran bei Zamba. Aber viele Teams wollen halt vielleicht doch gar nicht kämpfen, das weiß ich ja. Na, warte, ich kill auch das Schaf und so. Oh ja, ganz lieb. Ich bin so am Sweaten. I just want to make you sweat. Willst du noch sieben eisen, oder? Nee, man kann's echt behalten. Okay. Komm mit. Vor die Nahten. Alter, wir sind so weit vom Spawnweg. Lass mal weiter hier laufen. Echt? Ich Richtung muss hier. Hä? Wir müssen hier lagen. Ja, wo lang? Ah, sorry, das war ich. Ja, der eine wird uns kleiner werden. Ja. Aber hier könnte halt auch jemand sein, weißt du so? Ja, das ist schon weit weg, dass man hier so läuft. Nein, nee, aber trotzdem glaube ich, dass hier eher Leute sein werden, weil... Am Spawn haben die Leute halt mehr Schiss und... Äh, baut das Map. Was? Achso, okay. Das Kies. So werden... Ja, warte, aber hier kannst du echt so eine Ding craften, so eine Neuschauf, bitte. Nö, ich kann nicht. Und da ist sie auch schon kaputt. Achso, ich crafte. Ja, okay, danke. Ähm. Oh, der hat sich wirklich jetzt... Da unten liegt sie. Schön. Hm. Ah, ich kann hier nicht... Ich habe Erfahrungspunkte zugeschmissen bekommen. Junge. Ach du Scheiße, was ist das? Warte, davor können wir nicht braten auch mal essen. Ah, nee, hier bringt es nichts mehr abzubauen. Lass es weiter, oder? Nee, lass mal kurz braten. Okay. Was braten? Hm, ich muss irgendwas... Ich wollte gerade was wegschmeißen, was ich gesehen habe. Was war denn das? Hm. Okay. So irgendwas Sinnloses. Hm. Ist hier auch Fleisch? Ich schau mal. Oh yes, man. Aber so viele Unterfälle erschienen. Ich weiß nicht, dass aus dieser Höhle so jemand hochgedackelt kommt. Oh, er war einfach gekickt. Nice. Oh Gott, Alter. Ich weiß nicht, eigentlich müsste er einen Struck bekommen ja eigentlich dafür. Ja. Boah, ich kriege ja dauernd Erfahrung. Von wo kriege ich die denn? Oh, guck mal, Phil. Lol. Ja, aber die werden nicht eingesammelt. Was ist denn ein Bug? Ja, es bugt manchmal rum. What the fuck? Oh Mann, Alter. Er verbraucht echt viel Essen. Der größte Fail wäre es jetzt, wenn er neu auf den Savage einwärtig. Ja, wäre es doppelt gefailt, Alter. Aber er muss ja gecheckt haben, dass er es vertreibt hat. Aber lass hier mal wieder weg, oder? Lass jetzt echt mal Leerzins bauen. Aber lass die mitnehmen hier. Ich baue die jetzt mit einer Axt ab, Julius, Alter. Ich habe auch eine. Das dauert ja ewig, Mann. Nee, glaube ich da nicht. Wir müssen halt echt auch Essen machen unterwegs. Nicht, dass wir irgendwann ohne Essen da stehen. Du weißt, ohne Essen bist du tot, Mann. Ja, der Schwarzburger habe ich liegen lassen. Ja, der Schwarzburger. Warte. Ja. Mal, lass einfach mal hier langlaufen. Ich habe gar kein Zeitgefühl gehabt. Ja, jetzt noch zwei Minuten, würde ich schätzen, nachher überall fährt. Ah ja, warte, Mann. Es ist 21,7. Wir haben um 20,54 begonnen. Ein Team erst. Mann, wir wollen kämpfen. Wo sind denn die Gegner? Achtung, Creeper. Ah ja, der stinkt. Okay. Okay. Wir laufen hier zurück. Ja, wir laufen hier stark zurück. Leute, guck mal, da ist so ein Special Zombie, so ein Villager Zombie. Ja, nice. Nice. Da könnten wir jetzt einen Villager draus machen, Phil. Den musst du, was muss man denn geben? Ich glaube, ein Goldapfel. Ja, klar, komm, das machen, Phil. Und dann können wir mit dem handeln. Ja, vor allem, weil es hier auch kein Villager-Dorf gibt. Scheiße, das Villager-Dorf. Wir haben unseren eigenen Villager. Da machen wir eine Villager-Farm. Da machen wir eine Eisenguld-Farm, Phil. So was gab es in Baro noch nie. Ja. Was weiß ich, ich kann doch dein Eventar nicht, Alter. Kannst du das Leder vielleicht mitnehmen, oder? Ey, wir laufen hier so random rum, das kann ich gar nicht sagen. Locker laufen die alle rum, aber die Map ist einfach so... Warte, kannst du das Leder mitnehmen, oder? Oh, Digga. Okay, lass jetzt mal. Aber wir werden wieder gekickt. Locker laufen alle random rum, aber dadurch, dass die Map so fucking groß ist... Ja, die muss halt noch ein... Nee, warte, jetzt wird die, glaube ich, verkleinert, Alter. Zum Glück sind wir da nicht... Schau mal vor, jetzt wären wir am Ende. Nee, wir sind nicht weit weg von der Mitte. Ach, dann lass die hier stehen bleiben, oder? Das ist ja Affen wie die Oran-U-Tastige. Da unten ist ein Schwein, das weiß ich ganz genau. Nicht ineinander. Okay, ich bin... Nein, ist ich nicht. Hey, Phil, ich werde nicht gekickt, hä? Oh, ich kann weiterspielen. Nein, aber bleib... Wann wird sich heute gekickt? Ah, was hat gesagt. Oh, man. Okay, Leute. Ja, das war's. Von der Folge 16. Mal schauen, ob es vielleicht doch nächste Folge in den Kampf gibt. Hoffentlich, Alter. Wir hoffen es. Man, wenigstens einer, sonst ist das ja völlig für den Arsch. Und wir haben ja auch gesehen, die anderen laufen ja auch rum, aber... Na, angeblich, du, da muss ich mir ausmachen. Ja, angeblich. Ich denke schon, dass die meisten rumlaufen, aber... Wir beenden bitte die Folge. Also, wir können nichts machen. Na gut. Ja, sag du mal, wie immer das üblich ist. Haut rein, Leute. Schaut bei mir vorbei und bei mir vorbei. Und lasst natürlich einen doppelten Daumen nach oben für diese doppelte Versuchung, einen Kampf zu generieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Haut rein, Leute. Tschüssi. 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 Tschüssi.